Was war der Unterschied zwischen heute und dem letzten Spiel gegen die Rams? Wie hat es letztes mal 0 zu 27 verloren? Ja, also beim letzten Spiel kann man auch dazu sagen, es war für extrem viele das erste Spiel in der Season. Aber vor allen Dingen, was man sagen kann, war, dass wir einfach gelernt haben, dass wir wirklich miteinander spielen. Unser Motto, we are one, band of brothers, dass wir das durchsetzen. Wir einfach geschaut haben, dass wir alle miteinander unser Bestes geben. Das Beste für den anderen und dann haben wir es so hingebracht. Dankeschön.